hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge my friend petro und wir gehen jetzt mal weiter mit der folge oder mit der folge wir gehen jetzt mal weiter hier in den levels und wir sind ja in auton wenn ich mich nicht irre der schnellste weg aus auton führt durch mits edelressant am anderen ende dieses gewerbegebiet oder kommen noch richtig coole sachen muss ich sagen ich lade mal kurz nach ich hoffe dass die kamera hier so am ehesten passt das ist immer so ein bisschen kompliziert jetzt haben wir hier auch solche dinger wo man halt runter fährt das ist jetzt nicht sehr spannend weil zack tot man soll so ein bisschen eingeführt werden dass hier sich sachen halt bewegen das ist jetzt dadurch dass man ja unendlich munition hat ist das recht witzlos am anfang noch man muss ein bisschen aufpassen nachladen und so macht er automatisch fertig und da kommt aber so ein bisschen verlangsamen dann kann man das ein bisschen besser timen okay nachher das ist der tote die machen wir jetzt einfach so kalt wo ich musste nach land ist war ein bisschen unpraktisch gut das hier ist ganz cool muss ich ja zugeben wir machen mal den hier und wir können dann nämlich durch springen das ist sehr cool das oder das oder was ein finish muss ich ja jetzt mal zugeben für mich okay das war jetzt nicht so geht das war okay das ist einfach teilweise sehr schnell und random geschossen das witzige ist wenn ich mich jetzt nicht irre kann ich nicht hier sogar schon einen töten genau aus der distanz so ein bisschen genau die kann man so ein bisschen aus der distanz töten den kann ich oder die kann ich auch mal so ein bisschen ich gebe nicht wie auf meine decken deckung man kriegt dann immer so ein paar tipps mal was man denn so sinnvoll oder sinnvollerweise tun sollte ich mache das nie aber gut einmal hin einmal zurück sind ja schon alle umgebracht das ist jetzt nur dass ich hier mal einmal durch komme das hier ist jetzt mal jetzt extra so ich mich nicht hören müssen da jetzt leute rauskommen dass der merkt ist auch geil der merkt nicht dass hier unten einer so ich mich jetzt nicht aber da kommt doch noch keine raus okay ich hätte erinnerung dass da irgendwie da ist er doch so tut ist es ist das level auch beendet geht recht gut muss ich sagen wenn man so ein bisschen geübt ist ich werde wahrscheinlich jetzt als neue rekorde so ein bisschen aufstellen eigentlich erzählt punkte okay weil ich so langsam war wahrscheinlich ich fand den kill fand ich schon ziemlich cool hier den hier so zack zack waren sehr schnell getötet muss schon sagen vielmehr ab und zu muss man sich ja selber loben muss sein so schauen wir mal rot und hat jene menge kultur zu bieten bevor mitsch der metzger auf kreuzte ja ich will das nicht mehr lesen ich war sogar genau hier auf abgefahrenen technopartys das weckt erinnerungen die banane war auf technoparts auch keine okay hier muss man ein bisschen mal schnell aber gut okay das geht alles muss man ein bisschen aufpassen weil ich hier kommt einerseits der komm ich eigentlich nicht hier komme ich nicht komplett runter ich könnte ihn ja machen so das relativ easy gelöst okay der sieht mich noch nicht er sieht mich jetzt gleich okay das war jetzt nicht so das nicht das wahre hier na es geht alles besser dann rollt man nämlich hier durch dann rollt man hier nochmal durch machen wir hier den hier weil das ist beide so man kann auch nahe täter treten wie gerade geschrieben wurde der sieht mich noch nicht der sieht mich jetzt erst der sieht mich auch erst gleich zack aha genau jetzt die knallig sage ich mal an dem ich hier drauf springe genau beide um über die gucken jetzt beide in diese richtung ich mach mal wie sie immer an gut das war jetzt nicht gerade die schwierigste über herwart war ich will mal noch warten weil ich hier sind paar leutchen okay der steht jetzt ein bisschen doof da ist er auch tot ich bin wie gesagt nicht immer der beste ich habe jetzt auch noch gerade einen leben punkt ist auf der stufe regeneriert sich daher zum glück so hier wird es jetzt sogar mal ein bisschen kniffliger aber immer dieses nachladen nervt halt auch so da kommt ja auch noch einer ja so wieso ist der jetzt eigentlich stutt keine ahnung ist auf jeden fall so ich muss jetzt ich muss jetzt hier ach ja das ist total toll dass man es hier um treten kann es hat mir jetzt nicht so wirklich geholfen na gut ich bin schlecht im überleben um sieht man das nein überhaupt nicht das ist so ein bisschen scheiße und die sind schon mal tot das noch einer scheiße ich muss noch ein bisschen hüpfen weil so ist meine hoffnung dass ich halt die es stirbt doch danke die sind jetzt beide tot okay mein gedanke ist aber ich kriege jetzt noch nicht es ist nicht immer einfach jetzt kommt hier noch einer leck mich doch kann ich meine ruhe haben nicht wirklich ne bin ich froh wenn ich bessere waffen habe auch hier sind jetzt noch mehr scheiße bin ich ernsthaft gestorben kann ich nicht jetzt durch jetzt kann ich durch wollte mich dann verarschen ja peinlich als ich alleine gespielt habe bin ich nicht immer so gestorben peinlich peinlich kleinig level abgeschlossen hey 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 man muss sich halt so ein bisschen konzentrieren meine bestleistung war auch schon besser ne meine bestleistung war auch schon besser schöner satz katastrophal hier man muss sich schon ein bisschen konzentrieren auch auf level auf dem einfachsten level so jetzt sollten wir ganz in der nähe des edelrestaurants von mitsch dem metzger sein geh einfach weiter geradeaus du kannst nicht verfehlen ok das ist jetzt auch wieder total unspektakulär tak 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 jetzt wird so ein bisschen hier das hier eingeführt das hier eingeführt dass man damit so hui ähm achja und ich kriege oh eine neue waffe sehr geil die ist nämlich ganz cool so tot ich denke ich ach da ist noch einer tak tak so hier habe ich jetzt sogar eine munition auf die ich so ein bisschen achten muss und ich habe nur noch eine waffe aktuell und ich achte nie auf meine gesundheit weil die sich regeneriert und b ok jetzt wird es komplizierter mhm hier mache ich mal ich kann wie gesagt gerade auch noch nicht weiter anziehen gut jetzt habe ich auch meine zweite das ist sehr cool jetzt habe ich nur zwei davon dann kann ich nämlich den hier machen nehme ich auf zwei zielen so ähm das ist jetzt nicht sehr spektakulär was ich hier mache so jetzt kommen aber wahrscheinlich hier wieder welche raus da komm doch komm komm tschau 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 ähm ich nehme immer gerne die munition mit die weil die kann ich jetzt echt mittlerweile gebrauchen muss man ein bisschen ein bisschen muss man auch haushalten bisschen aber auch nur hier achte ich erstmal auf den und dann auf den okay wie gesagt munition und so ne okay hier das wird jetzt relativ cool weil das ist ein faskel das coole ist ich kann das fasst jetzt auch so ein bisschen rollen lassen dann kann ich hier machen hopp warte mal ich mach mal bäh tschau ich würde eigentlich noch die waffen nehmen hallo ich will die waffen nehmen hallo ich will die waffe leck mich ich will diese waffe noch haben habe ich jetzt boah ist das noch ein scheiß hier ab und zu ein bisschen hakelig den kriege ich noch nicht geschossen den aber so so zack hier kann ich auf was treten dann muss ich nicht meine wertvolle munition zerstören wenn ich denn das treten hinkriege hier kann ich aber ein bisschen wieder und zack den machen hier das wird jetzt relativ ein bisschen drehen dass man nicht diesen schaden kriegt fertig für dich gedreht ich habe alle munition der welt das hier wird jetzt wieder mal interessant weil ich den hier mache es ist immer wenn er sich dreht kriegt man halt nicht so diesen oh der war noch nicht tot äh kriegt er halt nicht immer direkt ähm die richtige das richtige zielen hin das hier ist gar nicht mehr so einfach finde ich so den haben wir schon mal hallo ey du Arsch ich nehme mal den hier und den so den haben wir den kriegen wir jetzt an Zeitlung brauche ich nicht ok das war jetzt nicht so so easygoing ähm die kriege ich jetzt nur von unten getroffen so gemerkt mache ich jetzt auch noch nicht aber weil ich die halt vorher nicht treffe pack 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 so so fertig muss ich ja auch manchmal einfach haben ja hallo ok das war jetzt so mach mal den hier mal genau ach das kommt da kommt jetzt auch noch einer her gut den habe ich jetzt auch noch gekillt da kann ich es so so mal ein bisschen Wandspruch ok das blöde ist der ist jetzt in der im weg da muss ich hier mal um springen irgendwie boah das boah der geht mir jetzt auch mal um den Sack auch geht doch hab ich noch irgendwas vergessen nee ok das wird jetzt wieder ok man versucht natürlich immer den Kopf zu treffen das Gute ist in der Verlangsamung in der Konzentration das ist noch Waffen die nehme ich natürlich alle gerne mit tack ähm bisschen reloaden ohpala äh das das ist jetzt glaube ich auch ganz cool wenn ich mich nicht irre kann man rauf springen und dann kann man die alle so langsam nach und nach gehen kann ich jetzt mal jetzt auf landen ok das war jetzt nicht das was ich wollte äh hallo das ist jetzt nicht das was ich wollte ok das ist jetzt ein bisschen eskaliert was ich nicht so wollte aber sie sind alle tot das ist doch am Anfang ich wollte das eigentlich deutlich anders und besser oh der eskaliert auch um ein bisschen so hier ist auch ein bisschen Leben das ist immer gut das regeneriert regeneriert sich ja so ein bisschen aber so Level auch geschafft schön und zeitlich ist das eigentlich mal wieder gut gut ich will mal so kurze Folgen machen so 15 Minuten finde ich gut C für Chefs Con ist besser ja ist ein neuer Rekord ne ist ein neuer Rekord für mich ist noch immer nicht gut wie ihr seht das fand ich so mein Level irgendwie hier der schönste Kill irgendwie ja dadurch dass ich unten eingekillt habe und oben den ok ok jo das sollte es erstmal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich will ja so ein bisschen einen Einblick geben in dieses Spiel ähm ich bin jetzt echt nicht der Pro-Gamer tut mir leid man muss es halt lernen koordinativ und so ist ist manchmal nicht so meins muss ich sagen es tut mir leid ich habe ich hoffe ich habe trotzdem Spaß es kommen noch coole Sachen rein vielleicht kriege ich auch ein bisschen mehr hin als gerade ich glaube zumindest Faskel hallo Faskel also ja von daher wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge my friend preto guck mal er lächelt total das fällt mir jetzt auf dass er verschiedene Gemütszustände hier zeigt Banana glücklich machts gut bis zum nächsten Mal Euer Rekord Ciao Ciao